Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute schauen wir uns mal die Highlights und die Deutungstiefe der letzten sechs Folgen an. Und zwar aus der vergangenen Woche haben wir so viele Podcast-Informationen, Feedbacks auch erhalten. Das waren nicht ganz so viele, aber da waren so viele spitze Dinger dabei. Da habe ich gedacht, Mensch, da gehen wir nochmal tiefer ins Material. Und das hören wir heute. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Federconsulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Und rein ins Getümmel würde ich mal sagen. Wir hatten ja jetzt Montag das Thema Handwerk, die Top-Förder-Programme. Und da nehme ich nochmal tiefer ins Gebälk rein, weil viele Handwerksbetriebe haben weniger Rendite, als ihnen selber lieb ist. Und die zahlen in Mietbereiche ein, also die mieten ja Hallen oder sowas, also wenn es größere Betriebe sind. Und jetzt der Wechsel einer eigenen Immobilie, dann denken viele, super, das, was ich mir an Miete leisten kann, kann ich mir als Erkredit leisten. Das ist dann leider ein großes Irrtum. Warum? Das haben wir in dem Podcast auch nochmal erläutert. Aber viel schöner ist, durch den Zuschuss, den ein Handwerksbetrieb haben könnte, bei dem Neubau einer Immobilie, die er selber nutzt, für den Handwerksbetrieb, würde sich automatisch seine Rendite verbessern, weil er weniger Kapitalbelastung hat, weil der Zuschuss ihn einem Teil der Refinanzierung halt darstellt. Also das nochmal ganz klar ausgedrückt. Warum? Hier kann man auf Zukunft bauen, vielleicht für die Nachkommen in einem Handwerksbetrieb oder für den Nachfolgenden, also für den auch Unternehmenskäufer eines Handwerksbetriebes, setzt man damit schon Weichen, und das sollte auch der Impuls aus der Folge sein, für die Zukunft. Es geht ja nicht immer so weiter, man kann immer von Kontostand zu Kontostand rumrennen, also von Monat zu Monat, sondern mal vielleicht auch als Handwerksbetrieb weiter in die Zukunft gucken und da dementsprechend die richtigen Weichen stellen. Also das als Thema für den Handwerksbetrieb geht aber auch für alle anderen Betriebe natürlich klar. Und ich sage immer, das ist der Ausweg aus der Mittelmäßigkeit. Denn wenn wir alle immer das machen, was alle machen, dann sind wir ja eine sehr mittelmäßige Masse. Und das Verbesserungssystem, was wir hier quasi vorstellen mit dem Förderprogramm immer, das führte dazu, dass man aus dieser Masse und aus der Mittelmäßigkeit heraus eben gelassen kann, quasi durch die Förderprogramme. Also ich denke mal, das ist klar geworden. Das war Folge 88 übrigens und am Dienstag, die 89er-Folge, hatten wir Automotive-Zulieferer und haben da ein bisschen auch dargestellt, also ein bisschen ist auch untertrieben, aber schauen Sie sich die Folge nochmal an oder hören Sie sich besser an, warum, da geht es auch um die Unabhängigkeit von Automotive-Konzernen. Warum? Viele Zulieferer sind extrem abhängig, machen das, was sie immer gemacht haben und bleiben in so einer Abhängigkeit. Und diese Folge liegt auch dazu, sich mal über neue Geschäftsprozesse, vielleicht um innovative Veränderungsprozesse Gedanken zu machen als Automotive-Zulieferer aus allen Bereichen, Elektroanlagen, sonstiges. Und sich mal vielleicht Gedanken macht, Mensch, wie kann man auch die Zuschüsse der Innovationsfähigkeit, Innovationsförderprogramme für den Zuliefererbereich nutzen. Also das war die Folge am Dienstag. Dann nochmal eingetaucht in die Folge 90 vom Mittwoch und zwar Beteiligungskapital für Unternehmen. Das haben wir in einem LinkedIn Live schon mal durchgearbeitet und das war auch die Folge. Hier geht es um die Bonitätsverbesserung von Unternehmen, die auf Wachstumskurs sind. Und das gekoppelt mit Beteiligungskapital aus öffentlichen Förderprogrammen. Wir reden also hier für Geld auf Zeit, das heißt von externer Stelle, von mittelständischen Beteiligungsgesellschaften oder ähnlichen Konstrukten. Aus der Förderung ergibt sich eine Eigenkapitalverbesserung für Unternehmen, die Investitionen planen. Es geht natürlich dabei auch um die Verschuldungsgradveränderung. Es geht für alle Unternehmen, die Investitionen planen. Bei Aufnahme von Fremdkapital verschlechtert sich ja meistens die Verschuldung im Unternehmen. Damit greift das in die Bilanzkennziffern ein und dann kommen vielleicht noch Covenants, die zu berücksichtigen sind, also Geldauflagen. Und dazu auch noch vielleicht Eigenkapitalquoten, die zu berücksichtigen sind. Und das haben wir dort aufgebohrt. Und das Highlight daraus ist doch der Erkenntnisgewinn, dass Unternehmen immer im Wachstum sind, sobald sie auch genügend Kapital zur Verfügung haben. Der Rückschluss heißt auch, die meisten Unternehmen kommen deswegen nicht in größere Wachstumspositionen, weil ihnen einfach die Liquidität fehlt, ein Risiko einzugehen, eine Geschäftschance wahrzunehmen. Und das ist ja auch genau unser Ansatz. Förderprogramme, Fördermittel, Fördergelder, Zuschüsse sind dafür da, um zukünftige Geschäftschancen heute schon zu realisieren. Am Donnerstag mit der Folge 91 sind wir nochmal in das Thema Digitalisierungsprozesse und dabei innovative Ansätze eingestiegen. Und da gibt es ein Förderprogramm, das einen Zuschuss von rund 500.000 Euro Maximum ergibt. Es gibt auch noch mehr Kombinationsmöglichkeiten, aber wir haben den Fall aus der Praxis, aus unserem Unternehmen hier dargestellt, wie das Ganze dann mit dem eigenen Personal, mit den eigenen Mitarbeitern aus der quasi analogen Welt in die digitale Welt übertragen wurde. Und die Kosten daraus waren ja eine Million Euro, Zuschuss 500.000 Euro. Also das nochmal für Sie als Highlight, wie man mit der eigenen Mannschaft nach vorne kommt, neue Geschäftsfelder generiert und natürlich auch alle Kunden und Lieferanten mitnehmen kann. Den Freitag, also die Folge 92, lege ich Ihnen ganz besonders ans Herz, warum es war eine Aufzeichnung mit Hermann Scherer und mir, zeigt aber auch Insights von uns, was wir und wie wir einen Teil unserer Arbeit vollziehen, was da die Öffentlichkeit zu sagt, was die Unternehmen dazu sagen, wie viel Volumen wir in einigen Bereichen an Euros bewegen können. Und darüber gibt es auch genügend Zeitungsartikel oder auch PR-Maßnahmen oder auch Referenzen. Aber dann nochmal live in einem Gespräch, so rund eine Viertelstunde, kann ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen, weil es sehr, sehr tiefe Einblicke gibt, auch in der Art und Weise, wie wir unsere Zukunft selber sehen. Und die Folge 93, also von quasi gestern am Samstag, haben wir uns über Veränderungsprozesse nochmal tiefergehend auch darauf eingelassen, warum ohne Veränderung, die wir selber verursachen, wird hier auf jeden Fall eine Wirkung von außen auf uns eintreffen. Und es ist doch besser, wenn wir selber die Veränderung sind und das selber im Griff haben. Ich sage immer, wer Zeit und Geld in der Hand hat, der hat auch den Erfolg in der Hand. Mag es auch fehlerhaft manchmal sein, aber es ist besser, nach seiner eigenen Pfeife zu tanzen, als nach derer von anderen. Weil es auch etwas mit Wissenstransfer hat, also wenn man neues Wissen aufnehmen kann, hat man auch bessere Veränderungschancen, Geschäftschancen, die man nutzen kann als Unternehmer. Und das heißt auch wieder Arbeitsplatzgestaltung, neue Arbeitsfelder und nicht nur Digitalisierung und Innovation, sondern viel, viel weiter gedacht. Denn die Frage heißt ja, wo wollen Sie in den nächsten zehn Jahren hin? Das ist der Konsens aus der Folge von gestern. Wo wollen Sie in den nächsten zehn Jahren stehen? Was haben Sie sich mit Ihrem Leben so noch gedacht? Soll das alles gewesen sein? Große Frage. Frage Frage. Also, das dazu. Und heute blicken wir natürlich auch auf die nächste Woche, also auf die kommenden Tage. Oh, das wird eine Krachernummer. Ich kenne das Programm natürlich. Warum? Ich bin ja der Redner. Was für einen Vorteil ich da auch habe. Wir machen in den kommenden Tagen das Thema einmal Unternehmenskauf. Da habe ich ein Interview gehabt beim Wirtschafts-TV. Dann haben wir das Thema Nachhaltigkeit. Da sehen Sie meinen Online-Impulsvortrag. Oder nicht sehen, sondern hören das. Rund 20 Minuten. Nur zum Thema Nachhaltigkeit, die Chancen daraus. Und natürlich, dann haben wir noch eine aktuelle Wirtschaftslage. Ich war bei Hamburg 1 auch im Wirtschaftsexperten-TV. Und da haben wir uns mal die aktuelle Wirtschaftslage unter aktuellen Pandemiebedingungen angeguckt und was da die Förderprogramme noch so machen können. EU-Förderrahmen. Mega-Thema. Kann ich Ihnen wirklich auch nur ans Herz legen. Da sind Chancen für Sie drin. Glauben Sie mir, die Folge müssen Sie hören. EU-Förderrahmen und die aktuellen Chancen daraus. Dann haben wir für die großen Unternehmen mal ein Highlight. Also für Großunternehmen. Also was Sie wissen müssen als großes Unternehmen. Zum Thema Förderprogramme, Haftung, Größenverhältnisse, Zuschüsse, Fördergelder. Alles dabei. Und dann schauen wir uns diese Woche auch noch an den Green Deal der EU. Was die EU-Ratskommission, das Parlament sich gedacht hat zum Thema auch Nachhaltigkeit, Green Deal und was da 1,8 Billionen Euro mit zu tun haben, die auf Ihre Verwendung warten. Das heißt, Sie sind angesprochen, mit diesem Geld der Zukunft einen positiven Aspekt zu verleihen. Wenn Sie also irgendwas haben, worauf Sie Bock haben in der Zukunft, dass es schöner wird, dann hören Sie diese Folge auch noch. Das heißt, die ganze Woche müssten Sie eigentlich jede Folge hören, wie jede Woche, jede Woche. Aber Sie merken schon, es ist wieder der Kracher. Ich bin total begeistert. Also, ich hoffe, Sie sind dabei. Verpassen Sie keine Folge. Empfehlen Sie den Podcast. Auf jeden Fall. Fördermittel-Podcast empfehlen. Und dann hören wir uns, wie immer, die nächsten Tage im Fördermittel-Podcast. Hier war da keine Stimme, Feder. Nochmals einfach zuhören. Chancen umsetzen, die Zukunft in die eigenen Hände nehmen und dann geht das Ganze auch gut für uns alle aus. Also, bis dann. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von FederConsulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft!